Die Geschichte dieses ungewöhnlichen Werkes geht zurück auf das Jahr 1887. Bin ich ja jetzt aber mal wirklich gespannt, was dieses Gebäude mit den Pyramiden zu tun hat. Außerdem geht man davon aus, dass Leeds Gallen in der Lage war, tellurische Kräfte zu denken und die Gravitation zu manipulieren. Er kam zu dem Schluss, dass die Lebensgrundlage in den magnetischen Polen Nord und Süd lag, welche in allen Lebensformen, Pflanzen, Mineralien und Tieren vorhanden sind. Ich habe das Geheimnis der Pyramiden entdeckt und weiß, wie die Ägypter und die alten Baumeister in Peru, Yucatan und Asien ihre riesigen Monumente erbauen konnten. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Der Mann, der das Geheimnis der Pyramiden nutzte. Oh shit, miese Recherche heute wieder. Let's go. I like that. I like that, man. Sofasportler. Ich habe bis jetzt nur Matratzensport gehört, aber der Bruder ist auf den Sofasport, die war eben so unterwegs. Da feiere ich. In Florida, am Rande der Straße, die von Miami nach Key West führt, steht ein rätselhaftes Gebäude, welches als eines der faszinierendsten Geheimnisse des 20. Jahrhunderts gilt. Die Geschichte dieses ungewöhnlichen Werkes geht zurück auf das Jahr 1887 in Stammerina, Lettland. Auf das Geburtsjahr seines Erbauers, Edward Leeds Gallen. Über sein Leben ist bislang wenig bekannt. Da bin ich ja jetzt aber mal wirklich gespannt, was dieses Gebäude mit den Pyramiden zu tun hat. Nur, dass er Teil einer bescheidenen Familie von Steinmetzen war und lediglich die Grundschule besuchte. Im Alter von 26 Jahren verliebte er sich Hals über Kopf in eine junge Frau, die er Sweet Sixteen nannte, was sich auf das Alter des Mädchens bezieht. Davon distanzieren wir uns, Freunde, ja? Ihr Name war Agnes Scaffs, beide beschlossen zu heiraten. Aber einen Tag vor der Trauung machte die Braut einen Rückzieher, löste die Verlobung auf und sagte die Hochzeit ab. Das brach Edward das Herz und er verfiel in große Trauer. So beschloss er, in die USA auszuwandern, mit der Absicht, seine große Liebe zu vergessen. Etwas, was er nie schaffen sollte, weil sie in seinem Gedanken stets präsent war. Als er in den Vereinigten Staaten ankam, begann er zunächst einen Job als Holzfäller in Kanada. Danach lebte er weiter in Kalifornien und Texas. Eines Tages erkrankte er jedoch an Tuberkulose. Genau diese Krankheit entschied schlussendlich über sein Schicksal. Mit dem Wunsch, sich selbst zu heilen, suchte er nach einem besseren Klima, was seine Heilung fördern sollte. So zog er nach Florida, wo er eine vier Hektar große Farm kaufte. Florida ist geil, Freunde. Ihm zufolge helfen ihm sowohl seine Gedanken, sowie bestimmte Orte beim Heilungsprozess. Er lebte fast 20 Jahre in Florida. Vermutlich aus Liebeskummer beschloss er, ein Korallenschloss für seine große Liebe, seine Sweet Sixteen zu errichten. Er nannte es den Rockgate Park. So begann die Skullin, insgesamt 1100 Tonnen Korallengestein ranzuschaffen. Er... 1100 Tonnen? Wow! ...raumte sie, damit diese ineinander passten. Alter... Das ist Korall, Alter! ...das machte er, ohne eine Art von Mörtel, Zement oder Gips. Er erstellte lediglich einige kleine Einkerbungen in den Steinen, damit diese eben ineinander passten. Nach 16 Jahren beschloss er, seinen Bau in Florida City, in 16 Kilometer entfernte Homestead, zu verlegen. Warum aber einen so aufwendigen Umzug organisieren, obwohl es sich nur um einige wenige Kilometer handelt? Man munkelt, dass der neue Ort, an dem der gesamte Komplex errichtet ist, nicht zufällig ausgewählt wurde. Der ist auch auf dieser Linie bestimmt. Kennt ihr diese Linie, die Kianos Mammis recherchiert hat? Wo diese heiligen Städten auf der ganzen Welt quasi auf einer Linie, 30 Grad vom Äquator, glaube ich, entfernt, um die Welt herumlaufen? Ich küsse dein Herz. Kianosche-Den-Land, geil. Lil Gatto mit dem Kianosche-Emot, fühle ich. Liegt nicht auf der Linie. Okay, Jemmo hat uns gebastet. Dass sich das Korallenschloss an einem Ort mit 20 magnetischen Vortex-Punkten befindet. Außerdem geht man davon aus, dass Leeds Gallin in der Lage war, tellurische Kräfte zu lenken und die Gravitation zu manipulieren. Für die Verlagerung dieser Blöcke mietete er einen LKW, aber nur unter der Bedingung, dass der Fahrer beim Be- und Entladen nicht anwesend sein durfte. Jeden Morgen, wenn der LKW-Fahrer zu ihm kam, waren die Steinblöcke schon auf der Ladefläche. Aber wenn ihm niemand geholfen hat, ist es ein echtes Rätsel, wie er diese beeindruckenden Steine, von denen einige mehr als 6 Tonnen schwer sind, alleine aufladen konnte. Ganz zu schweigen von dem unglaublichen Arbeitsaufwand, welcher er ohne die Hilfe eigentlich nicht hätte stemmen können. Viele Leute fragen sich, wie ein so schmächtiger, 1,50 Meter großer und 45 Kilogramm... Okay, ich gebe es zu, ich habe geholfen. Genauso wie bei den Pyramiden damals, ich habe geholfen. Der einzig wahre Bizeps hat mitgeholfen. Ich habe die Dinger auf den Nacken genommen und habe das halt so gebaut, wie er es wollte. Ein leichter Mann, ca. 1100 Tonnen Gestein bewegen und ohne Maschinen zerlegen konnte. Es wird behauptet, dass Dietz Gulling elektromagnetische Felder, welche den Magnetismus beeinflussend nutzte und das Geheimnis der Antigravitation kannte, was ihn ermöglichte... Krass, Antigravitation, dazu könnten wir uns auch nochmal ein Video reinziehen. ...die Steine wie leichte Ballons zu bewegen. Er arbeitete ausschließlich nachts, sodass ihn niemand beobachten konnte. Doch diejenigen, die angeblich etwas gesehen haben wollen, sprachen von unglaublichen Ereignissen. Einige Jugendliche behaupteten, gesehen zu haben, wie einige Steinblöcke, die wie mit Gas gefüllte Ballons aussahen, schwebten. Dietz Gulling verriet nie, wie er seine Arbeit verrichtet hatte. Und wenn ihn jemand fragte, wie er das gemacht hatte, antwortete er. Es ist nicht wirklich schwierig, man muss nur wissen, wie. Ja, geile Antwort, korrekt, Bro. Andererseits zeigte er Fotos, auf denen er etwas ähnliches wie einfache Seilwinden und Hebelgestelle auf drei Beinen benutzte, mit denen er angeblich die gewaltigen Monolithen bewegte. Paradoxerweise sind einige dieser Steinblöcke sogar größer als die Hebelgestelle selbst. Anscheinend zeigte Dietz Gulling die rudimentären Gegenstände, um die Neugierigen abzudenken. Aus diesem Grund baute er als erstes eine Mauer mit Blöcken von drei Meter Länge und mehr als 15 Tonnen Gewicht um den gesamten Komplex. Er arbeitete nur nach Sonnenuntergang und bis Sonnenaufgang. Außerdem gab es in all den Jahrzehnten seiner Bautätigkeit weder Mitarbeiter noch Zeugen. Wenn sich ihm eine neugierige Person näherte, hörte er auf zu arbeiten und wartete so lange, bis diese wieder verschwand. Dann, als sein Korallenschloss endlich fertig war, machte er Führungen durch seine Anlagen. Und obwohl er nie sein wahres Geheimnis offenbarte, zeigte er den Besuchern einige seiner Gerätschaften. Eines davon war ein Magnetgenerator, mit dem er seinen eigenen Strom erzeugte. Er wollte ihn patentieren, was er schließlich nicht in die Tat umgesetzt hat. Laut Dietz Gulling könnte er den Energieproblemen der Welt ein Ende setzen. Er kam zu dem Schluss, dass die Lebensgrundlage in den magnetischen Polen Nord und Süd lag, welche in allen Lebensformen, Pflanzen, Mineralien und Tieren vorhanden sind. Dietz Gulling behauptete, dass der Generator funktionierte, weil alle einzelnen Objekte über einen Magneten verfügen. Er wusste das und richtete diese den Magnetpolen zu. Ebenzufolge sind es die magnetischen Kräfte des menschlichen Körpers, die die Muskeln bewegen. Ein Prospekt für Besucher seiner Anlage zierte die Worte von Dietz Gulling wie folgt. Ich habe das Geheimnis der Pyramiden entdeckt und weiß, wie die Ägypter und die alten Baumeister in Peru, Yucatan und Asien ihre riesigen Monumente erbauen konnten, unter Verwendung einfachster Werkzeuge. Yucatan, Mexico. I like that, man. Das schien der Wahrheit zu entsprechen, denn niemand konnte sich erklären, wie er den großen 12 Meter hohen und 30 Tonnen schweren Obelisken, den sogenannten Stonehenstein, sonst hätte bauen können, da dieser größer ist als die echten. Er baute auch ein Polaris-Teleskop, um die Flugbahn der Erde um die Sonne zu beobachten. Auch einen 6 Meter hohen und 23 Tonnen schweren Halbmond, daneben Saturn und Mars, von denen Dietz Gulling glaubte, dass sie Leben schenkten. Aber was am meisten Aufmerksamkeit erregte, ist das 9 Tonnen schwere Drehtor. Es ist so perfekt ausbalanciert, dass es mit einem einfachen Fingerdruck geöffnet werden kann. So eine Tür gibt es doch auch bei den Pyramiden, ne? So eine heftig schwere Tür, die man mit einem Handdruck irgendwie aufmachen kann auch. Für die Reparaturen, die 1986 und 2005 durchgeführt wurden, benötigte man 6 Männer und einen Kran. Nur so konnte das Tor bewegt werden. Aber die Überraschung aller nahm zu, als sie sahen, dass der Stein, der das 9 Tonnen schwere Drehtor trägt, so klein wie ein Kuchen war. Wie konnte der kleine Stein dieses Gewicht tragen? Um das herauszufinden, wurde der Stein genau unter die Lupe genommen und analysiert. Das Ergebnis war völlig... Ihr fragt gerade einer, hat das der Typ alleine gebaut? Ja, angeblich ja. Ich hab mir noch nie was über den reingezogen. Das ist jetzt das erste Video, was ich mir reinziehe, gerade über diese Thematik. Und in dem Video haben die gesagt, er hätte das anscheinend alleine gebaut. Das Material dieses Objekts war völlig unbekannt. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Erde. Aber es handelt sich auch nicht um einen Meteoriten. Und somit konnte niemand eine Erklärung geben. Es gibt viele, die denken, dass Edward Leeds Gallin das Geheimnis der Antigravitation kannte. Ein Wissen, das vielleicht auch die alten Baumeister der Antike kannten und für ihre Konstruktionen nutzten, für die wir bis heute keine Erklärung haben. Es ist durchaus angebracht, die Levitation als eine Bautechnik zu betrachten. David Hedges Childress schreibt in seinem Buch Er berichtete sehr ausführlich über die Geschichte des schwedischen Arztes Dr. Jarl, der 1939 nach Tibet reiste und in ein Kloster kam, wo er für längere Zeit blieb und sich mit einem alten Lama anfreundete. Eines Tages bekam er die Chance, als erster Fremder ein merkwürdiges Spektakel beobachten zu dürfen. Mönche mit 19 Musikinstrumenten, 13 Trommeln und 6 Trompeten, die in einem Viertelkreis aufgestellt waren. Hinter jedem Instrument stand eine Reihe von Mönchen, die unerfällig ein Gebet oder Mantra sangen. Bis ein großer Steinblock durch die Klänge anfing zu schaukeln und sich zu bewegen, sodass er sich schlagartig erhoben hatte, und nach ca. 3 Minuten auf einer 250 Meter entfernten Plattform landete. Das Geheimnis liegt in der geometrischen Position der Musikinstrumente im Verhältnis zu den Steinen, die aufgehoben werden sollten. Das hört sich so freaky an. Ich bin ja echt so, wir haben viel recherchiert, viel studiert und Frequenzen sind auf jeden Fall sehr powerful und können einiges auslösen. Das ist zwar realitätsfern, also unser eigener Verstand würde jetzt sagen, na, oder kann doch gar nicht funktionieren. Aber ich bin überzeugt davon, dass Frequenzen auf jeden Fall einiges bewegen können. Die Frage halt, ob die auch so eine fetten Steinblöcke bewegen können, die ist offen. So wie in der harmonischen Abstimmung zwischen den Trommeln und Trompeten. Der Gesang an sich sollte wahrscheinlich diesen kombinierenden Effekt verstärken. Die Klangwellen, die durch diese Kombination erzeugt wurden, schafften auf diese Weise einen Antischwerkraft-Effekt im zentralen Fokus der Steine. Aber nicht nur die tibetischen Mönche verfügen über dieses Wissen. Vor einigen Jahrhunderten stellte der arabische Philosoph, Historiker und Geograf Abou al-Hassan Ali al-Masoudi mehrere populare Geschichten zusammen, die darauf hindeuten, dass die Pyramiden Ägyptens durch irgendeine Form der Levitation gebaut wurden. Ist es möglich, dass Edward Litz-Gallin eine ähnliche Technik kannte? Wir können es nicht wissen, denn im Dezember 1951 starb er und nahm das Geheimnis seiner Arbeit mit ins Grab. Einige Gelehrte bestätigen jedoch, dass all sein Wissen in seinen Büchern kodifiziert ist. Außerdem glauben sie, dass in seiner berühmten Anspielung auf seine Suite 16 ein mathematischer Schlüssel versteckt ist, der an diejenigen gerichtet ist, die wissen, wie man seine Botschaft zu interpretieren hat. Ach du Scheiße, Bro, wir müssen an diese Städten reisen. Wir müssen da hin, oder? Chad, wir müssen da hin. Wir müssen was studieren. Vielleicht haben wir das Wissen bei uns schon. Vielleicht können wir es entkodifizieren, na Mann? Wie wir gesehen haben, war die Zahl 16 eine Konstante in seinem Leben. Er lebte 16 Jahre am selben Ort, bis er beschloss, sein Werk an eine 16 Kilometer andere Städte zu verlegen. Und natürlich seine Suite 16. Heute erhebt sich das Korallenschloss trotzig und bewahrt in seinen Mauern das Wissen eines Mannes, der behauptete, die Geheimnisse der Pyramiden und des Universums zu kennen. Man müsste eigentlich echt mal auf Expeditionen gehen, so. Man müsste eigentlich echt mal, so wie Da Vinci Code mäßig, weißt du, wie ich meine? Auf Expeditionen gehen. Das wäre schon wild, wa? Krasses Video auf jeden Fall. Mysteries around the world, motherfucker. Sowas in die Richtung auf jeden Fall. Würde ich feiern, Digga. Würde ich fühlen auf jeden Fall. Das wird irgendwann auch mal in Angriff genommen. Ich will die heiligen Städten auf jeden Fall mal besuchen gehen. Und auch gucken, was da energy-wise abgeht, so. Der Kollege hat das ja mal angefangen, oder? Der Kollege hat doch mal so eine Folge oder so eine Serie gebracht auf YouTube, wo der auch dahingereiste Stonehenge hat er sich reingezogen. Diesen einen mysteriösen Bag hat er sich ja alles gegeben. Schade, dass er damit aufgehört hat.